So, es geht weiter bei WoW Einführung Part 2 Es ist mittlerweile Nacht geworden Äh, ja, und Ja, die Zeit bleibt hier nicht stehen Auch wenn wir aufhören Verdunkelt es sich hier Und, ja Wenn es Nacht ist, ist es halt Nacht Ist es Tag, ist es halt Tag Genau, wie im Real Leben Ja, ähm Jetzt muss ich eben gucken Wo wir geblieben sind Gucken wir unsere Quest mal an Töte acht Spione Der Okay Achso, ja Gut Dann werden wir das auch tun Mein Diener ist auch Zusteller Und hier haben wir so ein paar Spione Die werden wir jetzt erstmal killen Am Anfang ist es noch ein bisschen eintönig Weil du halt Äh, nur solche Quests bekommst Aber es ist wirklich Dieser Bereich ist eigentlich wirklich nur Äh, um sich hochzuleveln Ähm, das wesentliche Interessante Passiert halt in den nächsten Dörfern Ja, den bringen wir auch mal wieder um Wir brauchen acht Zack Und da ist er down Hihi Das Coole ist, dass sie mich selbstständig angreifen Na, ist halt noch ein Startgebiet, ne Aber im Laufe des Spiels Wird es schwieriger Das kann ich garantieren Ich bin eigentlich schon ziemlich gut mit WoW vertraut Ich habe selber schon Ein paar Achtziger Vielleicht werde ich sie auch irgendwann mal präsentieren Wollen wir mal gucken Überlege ich mir Machen wir noch ein paar Spione Da Ich kriege dich Guckst du Macht's boom Ein bisschen Spaß nur sein Oder wie sieht das aus Ja Und Wir haben einen Kupfer bei sich Das ist schön Diese Geizhelse Die rücken kein Gold raus Wie mehr wir töten Umso mehr steigt auch Unser Balken Das ist schön Ach, vier Kupfer Die sind echt geizig Diese Orks Sie will mich verspeisen Ich könnte ich auch glauben Ich habe keinen Hunger darauf Ich weiß, es war jetzt erobert Wald Oder Welt Das war Welt, nicht Wald Doch Wald Was lese ich heute denn hier Ich mache mich ganz nervös Boah So, jetzt hauen wir Acht Dann geben wir mal Schießdrax zurück Zu unserem Questgeber Den helfen wir doch, oder? Guck mal, wie schön Ich habe ihm Putte macht Verzeihung aber noch nicht wirklich da was So Ich ehre schwingt Die kriegen eine Robe Und wir haben Level 3 erreicht Was möchtest du denn von mir? Achso Laufen heute so viele Hexenmeister hier rum? Haben wir auf den Server Hexenmeister? Limit Limit Äh, äh Guck mal, ich bin stick Gut Zeig uns der Pfeil hin Es gibt mittlerweile so kleine Helfer Pfeilhelfer Die uns zur richtigen Joa Die uns auf die richtige Spur bringen Sag ich mal Hallo Ja, Brief Zack Blablabla Kriege ich dafür? Oh Voller Brand Okay Wir müssen üben Wir haben hier einen kleinen Übungsplatz Das ist übrigens auch ganz neu Ihr denke ich mal Bei den Twitter-Ad-Ons Oder bei den Einsteiger-Spielern Nicht haben Also nicht wundern Aber ich hatte ja gesagt Es geht um Casa Glysem Äh 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 Okay Ich hab was vergessen Gar nicht schnell wieder zurück Ich hab die Fähigkeit Feuerwand Noch gar nicht Feuerwand Feuerband Feuerbrand Äh Ausbildung Hm Verfügbar Ah Da haben wir's Ach Geh weg Na So Oh Das kostet so ein 75 Kupfer Jo Das wird am Anfang noch schnell in der Tagliste gesetzt Dann üben wir mal Mal gucken wie gut wir sind Und los geht's Juhu Meine Meine Hände brennen Löscht meine Ich glaube ich bin heute richtig lustig drauf Ich hab gute Laune Bei den anderen Videos oder anderen Let's Plays Bei den Sims 2 da bin ich eigentlich noch relativ ruhig Meldet euch bei Ja 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 Wo bist du denn Die ist AFK Also nicht an der Tastatur La 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 Jetzt will ich mich mal wieder zivilisiert benehmen Wieder ganz ernst Das kann ich heute irgendwie nicht Ich bin heute kein ernster Mensch Ich bin lustig drauf So Das weiß ich gar nicht Ich hab meine Uhr vergessen einzustellen Haha Ich witzbold Ich würd sagen Wir beenden das mal hier Weil ich mir nicht sicher bin Bei YouTube Ist leider nur die Begrenzung von 15 Minuten Komisch Obwohl mein Account Schon seit 08 Erstanden ist Sag ich Finde ich ein bisschen komisch Aber das ist so diese Verknüpfung mit Google Naja Dann beende ich das Und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Video Und bis dann Bis zum nächsten Mal Tschüss